Frohe Weihnachten und willkommen zum 24. Türchen. Der heutige Bautipp ist an sich nicht so richtig ein Bautipp, aber er ist trotzdem wichtig zum Bauen. Nämlich geht es da um das finale Design. Denn wenn man eine Stadt baut mit Häusern und Wegen, fehlt natürlich immer noch sowas wie Deko. Straßen, Laternen, Bäume, Büsche. Und das Ganze habe ich in diesem Türchen mit den ganzen Kistenstapeln und Bäumen gemacht, dass ich die überall hin platziert habe und dann erst noch ein bisschen schneiden lassen habe, weil es sonst sehr komisch aussehen würde, wenn innerhalb der Burg kein Schnee wäre und außen sehr viel. Und schlussendlich haben wir jetzt ein bisschen Schnee innen und ganz viel Schnee außen. So, wie ob wir innen mehr Schnee geräumt wurden als außen. Sozusagen wie der Bautipp mit der Story, also sprich Bautipp Nummer 1, den wir hatten. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch ein wunderschönes. Damit würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Denn morgen gibt es für die Leute, die aus Amerika zuschauen oder einfach die Tradition von Amerika feiern, noch ein 25. Türchen. Denn in Amerika ist die Bescherung erst am Morgen des 25. Deswegen gibt es nochmal ein 25. Türchen, was aber keinen Bautipp enthält, sondern es wird, ihr werdet es morgen sehen, es wird ein längeres Video sein. Stellt euch darauf ein. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr Weihnachten so verbringt. Und damit, ciao Leute! Und dann lasst doch gerne mal in die Kommentare.